Damit endlich Frieden werde und es für alle Essen gibt. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Damit endlich Frieden werde und es für alle Essen gibt. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Für alle Essen! Vergelein! 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 Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Nicht als Feindlinge! Verreiter! Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Kinderleitung ist der geschmeißenste deutschen Volk. Sie ist ohne Ehre! Die Gefälle sind in den Wind gesprungen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das mit Berlin verlasse, helfen Sie sich, der Wald ist. Da jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf. Sie ist ohne Ehre! Be east! vor � again war vor Vielen Dank.